Rede über Gutes In den letzten Tagen wird wieder ganz intensiv Gegensätzliches diskutiert und gefordert. Sollen wir die Corona-Maßnahmen schneller lockern oder später lockern? Soll erst die älteren Schüler in die Schule zurückkommen oder gerade erst die jüngeren Schüler? Sollen wir in alten Heimen mehr Freiheiten einräumen oder sollen wir Eltern mit Kindern mehr Freiheiten einräumen? Sollen Gottesdienste früher oder später zugelassen werden? Denn es gibt so viele Dinge, wo man sich aufregen kann. Es gibt so viele Dinge, worüber man sich aufgeregt wird. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich mich zu viel aufrege, dann komme ich in ein schwieriges Fahrwasser. Emotional und auch verbal. Deswegen habe ich für mich beschlossen, rede über Gutes. Natürlich werde ich mich weiterhin über Dinge aufregen. Aber in der Summe ist es wichtiger, mehr über gute Dinge zu reden, als über schlechte Dinge zu reden. Rede über Gutes.